Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war seit langem mal wieder im Action. Ich wollte einfach nochmal ein bisschen gucken, ein bisschen stöbern. Ich war lange nicht mehr da und dachte mir so, kannst du ja mal gucken, vielleicht findest du ja so ein oder zwei neue Sachen. Also wir haben viel Weihnachtsdeko gekauft. Die zeige ich euch aber jetzt nicht. Es geht jetzt hier ja wie immer nur um Bastelsachen. Und da habe ich gesehen, dass es diese neuen Dye Cup Blöcke gibt. Das sind wohl fertig zugeschnittene, also hier mit so Wellenkanten, zugeschnittene Kartenrohlinge, wie zum Beispiel hier das Beispiel. Das Beispiel ist jetzt nicht so der Knaller, wie ich finde. Ich nutze sie aber auch nicht dafür. Ich werde sie nicht dafür nutzen, sondern ich möchte sie für Stanzteile oder so nutzen, weil wir eine richtig schöne Farbauswahl haben. Wir haben jetzt hier in diesem Block diese sechs Farben vertreten. Jede Farbe ist sechsmal dabei. Wir können kurz mal reingucken. Sie sind leicht glänzend. Es geht noch. Also wenn es noch stärker glänzen würde, wäre es nichts für mich. Ich mag das ja nicht so gerne, wenn Papier so glänzt. Aber ich fand die Farben einfach total cool. Dann gab es das Ganze nochmal in einer gelben Variante. Da haben wir diese sechs Farben. Auch sehr schön. Hier haben wir zum Beispiel auch wieder diese Wellenkante. Die könnte man sich zum Beispiel auch einfach hier so zum Beispiel kürzen und dann auf die Karte draufkleben und drüber eben einen Spruch. Wenn man jetzt nicht diesen ganzen Bogen als Rohling nutzen möchte. Also dafür habe ich es mir jetzt eigentlich nicht gedacht. Aber ja, ist schon eine ganz coole Idee. Und dann habe ich mir noch einmal die blaue Variante mitgenommen, weil die Farben einfach so schön sind. Dann haben wir lila, türkis, ein blau-grün, ein helles lila, grau und weiß. Die Farben sind richtig, richtig toll. Es gibt ja unwahrscheinlich viele neue Sachen. Aktuell gibt es ja auch wieder neue Aqua-Marker. Da habe ich auch schon eine ganze Menge von. Das sind ja diese weißen. Aber ich habe sie mir nicht mitgenommen. Ich habe die Karin-Marker jetzt endlich. Und sie sind so toll. Ich liebe sie. Und deswegen, ja. Ich finde die Twin-Marker und Aquarell-Marker, Aquarell-Marker, wie die jetzt ganz genau heißen, da echt toll von Action. Ich habe beides ja, aber ich möchte mir jetzt da keine mehr holen. Ich werde mir dann lieber weiterhin meine Spectrum Noir-Alkohol-Marker nachkaufen, wenn man weg, bis ich die Farben voll habe. Ja, und Aquarell-Marker bin ich jetzt auch erstmal ausgestattet, weil die Karin-Marker sind schon echt der Knaller. Und dafür habe ich mir auch, weil ich auch das Metallic-Set davon habe, diese Bullet Journal mitgenommen. Das sind ja besondere Bullet Journal. Erstmal sind die wunderschön von außen. Ich hatte jetzt vier verschiedene Designs gesehen und habe mir diese beiden hier rausgesucht. Die sind echt wunderschön und die haben schwarzes Papier. Das fand ich auch mal eine richtig geniale Sache. Da kommen nämlich zum Beispiel diese Metallic-Marker von Karin richtig gut drauf an. Ja, das war jetzt ein super Satz. Da kann man sie eben super drauf sehen. Ich glaube, das macht was ganz Schönes her. Freue ich mich auch schon sehr, sie drauf zu nutzen. Ja, und die sind wirklich schön, oder? Es gab noch zwei andere Designs, aber diese beiden hier, die haben es mir echt angetan. Ja, richtig, richtig toll. Ich möchte mich ja doch mal wieder darin probieren, ein wenig mehr mit meinem Bullet Journal zu arbeiten. Dann gab es diese hier neu. Das sind Cut-Dock-Bögen, die aber schon eine Klebefolie hinten dran haben. Ich mache mal einen so einen Block auf hier. Da haben wir jetzt also sechs Farben, sechs Bögen pro Farbe. 180er Grammatur, also wirklich schon sehr gut. Und wir können eben hier stanzen und dann können wir hinten die Folie abziehen und haben dann gleichzeitig auch einen Sticker rausgemacht. Richtig cool, wie ich finde. Gerade für Sprüche oder sowas kann man sowas natürlich super nutzen. Oder wenn man so kleine Details machen möchte, wie zum Beispiel hier das Beispiel mit den Schmetterlingen. Richtig schick. Da gab es eben auch verschiedene Farbvarianten wieder. Einmal das hier von Orange bis zu diesem ganz dunklen Rot. Dann haben wir von Hellrosa bis Lila, von Hellblau bis ganz dunklen Blau, dann einmal von Hellgrün bis Dunkelgrün und hier dann einmal so eine bunte Mischung mit Pastellfarben. Also wirklich cool. Richtig schick, muss ich sagen. Und eine total geniale Idee. Ich mache das ja sowieso schon. Ich habe mir ja das Klebeband auf Rolle von Ideen mit Herz geholt. Das klebe ich mir ja unter Papier, wenn ich auch so Sachen direkt ausstanzen möchte und dann direkt aber auch schon das irgendwo draufkleben möchte. Oder wenn das sehr filigran ist. Eine total geniale Sache. Kann ich euch mal unten reinsetzen. Aber das ist natürlich auch eine total coole Sache, wenn man relativ kleine Sachen hat oder mal ganz schnell was braucht, ohne groß rumfriemeln zu wollen. Ist das natürlich richtig cool. Ich habe jetzt fünf verschiedene Varianten. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab. Ich habe nämlich nicht mehr gefunden. Für meine Mädels durften diese Stifte jetzt hier einmal mit. Die habe ich in der Kinderabteilung gefunden. Gerade die Kleine bastelt ja super gerne. Die Große ist eher Zeichnen. Und da dachte ich mir, ist das eine ganz gute Sache für beide eigentlich. Da haben wir hier eben einen Stern jetzt zum Beispiel als Stempel. Und auf der anderen Seite haben wir einen Stift. Also wir haben in einem Stift zwei Sachen, was richtig cool ist. Hier haben wir einmal den Stift und auf der anderen Seite hatten wir jetzt den Smiley. Da ist ein Smiley drauf. Das ist ja genial. Fand ich total cool, weil wenn die Kinder dann mal ein bisschen rumspielen wollen oder rumzeichnen, da kann man natürlich super dann so eine Smiley hier drauf machen. Also das ist schon genial. Und die kosten ja jetzt wirklich nicht die Welt. Also da kann man das echt mal gut mitnehmen. Der Stern hier ist wirklich sehr gut. Da sind jetzt insgesamt acht Stifte drin in verschiedenen Farben und verschiedene Motive. Fand ich eine ganz witzige Sache und ja, ich denke mal, dass die Mädchen da auch sehr viel Spaß dran haben werden. Und zu guter Letzt habe ich mir zwei große neue Blöcke mitgenommen. Ich möchte mir ja nicht mehr ganz so viel Papier kaufen, aber es gab zwei Blöcke, an denen konnte ich nicht vorbeigehen. Und zwar ist es einmal dieser hier. Das ist jetzt eben ein folierter, beziehungsweise foliert und unfoliert. Jedes Design zweimal insgesamt 30 Bögen. Wir können ja mal durchgucken. Also das hier ist, ich mag sowas ja so gerne, ne? Das ist nicht foliert. Also hier, das finde ich ist absolut okay. Ich bin ja nicht so der Folierungsfreund, aber das hier finde ich, kann man wirklich gut machen. Denn ganz normal schlicht. Also wie schön. Super aufeinander abgestimmt, wie ich finde. Auch das hier mit diesen Kugeln, Planeten, Weltkugeln, was auch immer. Und was man hier eben super hat, man hat immer recht schlichtes Papier und dann natürlich so Knallerpapier, was voll reinhaut. Was man aber eben dann super kombinieren kann miteinander hier zum Beispiel. Das ist ja ein super Hintergrund. Da braucht man dann auch nicht mehr groß was zusätzlich eigentlich haben, wie ich finde. Das ist auch sehr schön. Das ist natürlich jetzt der Knaller. Also das ist absolut nichts für mich. Meine Mutter würde es total feiern. Ich mag das ja nicht so, wenn das so krass foliert ist. Und dann habe ich mir noch den anderen da mitgenommen von. Da gab es natürlich auch wieder mehrere. Und zwar diesen hier. Erstmal ist der wunderschön. Können wir bitte mal kurz... Ich finde den so schön. Der hat so eine tolle Farbe. Hier das gleiche Spiel. Jedes Design zweimal. Einmal foliert, einmal unfoliert, wie immer. Auch toll. Aber geometrische Form finde ich sowieso immer toll. Das ist natürlich wieder... Puh... Das... Ja. Aber wirklich schön. Hier das mit den Waben mag ich auch total gerne. Wirklich toller Block. Der echt Spaß bringt, muss ich sagen. Da freue ich mich schon sehr drauf, den zu verbasteln. Das könnte ich mir zum Beispiel auch super vorstellen, wenn man so ein Mini-Album machen möchte für ein Teenie-Mädchen oder so. Kommt das bestimmt richtig gut, weil die Farben echt total gut miteinander harmonieren. Und das hier ist sowieso der Knaller. Also der ist so wunderschön. Jetzt werde ich mich dann gleich mal bestimmt an dieses tolle Bullet Journal hier setzen und das mal ein bisschen ausprobieren. Die Sachen, die ich euch gerade genannt habe, setze ich euch noch mal in die Infobox. Die Marker, die ich jetzt benutze und auch dieses Klebeband. Das ist echt cool. Ich kann es euch nur empfehlen. Total geniale Sache. Wenn ihr euch selber Sticker machen wollt oder Stanzen habt, die sehr filigran sind, ist das eine richtig geniale Sache. Genau. Und dann war es das auch schon. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch zum Beispiel schon diese wunderschönen neuen Bullet Journals gesehen habt. Ob ihr die vielleicht auch mitgenommen habt. Würde mich ja echt mal interessieren. Und wenn, wenn ihr schon was da drin gemacht habt und das vielleicht auch irgendwo gepostet habt, dann verlinkt mich doch gerne mal. Ich setze euch noch mal hier meinen Instagram-Namen rein. Da könnt ihr mich gerne mal verlinken oder mir folgen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch einen einen wunderschönen Tag. Freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bin auf eure Kommentare gespannt. Und sage danke fürs Zuschauen. Tschüss ihr Lieben. Neben euch.